hallo und herzlich willkommen zurück bei Hogwarts Legacy und jetzt gucken wir mal was wir als nächstes machen, letztes mal waren ja viele Nebenmissionen, vielleicht mache ich jetzt mal die nächste Hauptmission, weil ich muss ja, Moment, Moment, Aufträge, Lodgoks Loyalität genau, das ist Voraussetzung für die Vorbereitung auf die letzte Prüfung und das heißt also, bevor ich die letzte Prüfung mache, würde ich vielleicht die meisten von hier gemacht haben oder vielleicht alle, ich weiß nicht, das sind schon relativ viele und gerade sowas wie das mit den Mohnen hier, das dauert glaube ich zu lang, das müssen wir mal gucken, aber ja, mal sehen, das da kann ich auf jeden Fall, ach, das habe ich ja schon fast fertig, für den Schatz anhand der Schatzkarte mit fliegenden Kerzen, habe ich immer noch nicht gesehen, wo das sein soll, die drei, die müssten schnell gehen, eigentlich, die sind noch von ganz am Anfang, ähm, ein Freund der Taten, keine Ahnung, was das war, aber das kann ich ja auf jeden Fall auch noch machen, die Deidalischen Schlüssel, stimmt, das gab es auch noch, aber so viel ist es jetzt gar nicht mehr, ich meine, es gibt bestimmt noch genug, genug Aufträge, die ich noch nicht aktiviert habe, die ich noch in der Karte finden muss, deshalb sind zwei, ah, okay, das ist mit Natty, stimmt, das wollten wir noch machen, dann gibt es noch, das mit dem, mit den goldenen Schnatzern, trifft die im verbotenen Wald, wo ist denn das, ich bin doch gerade eh unterwegs, ach, guck an, das ist ja hier in der Nähe, hat doch machen wir das zuerst, aber, ich glaube, ich habe sogar gesagt, jetzt ist die Aufnahme, bevor ich es vergesse, ich nehme die Luftballons da vorne mit, das muss doch wohl sein, ein bisschen schneller, okay, ich sehe da oben einen, das ist der erste, eins, zwei, drei, vier, fünf, ah ja, okay, ich kann doch mal meinen Detektivmantel eigentlich wieder abhängen, äh, ablegen, oh, oh, falsche Tasche gedrückt, das war nichts, ich fliege mal ein bisschen, ein bisschen langsamer, so, auf geht's, so, jawohl, gut, dann haben wir das, dann fliegen wir gespürt nach da drüben, ich glaube, ich kann jetzt, ähm, ich kann ja durchgehend boosten, wenn ich ein bisschen über den Boden fliege, und ich glaube, mit den Besenverbesserungen hat sich das auch, verbessert, jetzt muss ich nicht mehr so dicht über den Boden fliegen, kann das sein? Vielleicht, ist ja auch egal, jetzt gucken wir mal, wo Poppy jetzt ist, so, einfach mal, boah, durch dieses, dichte Blattwerk, da ist sie, hallo, wer will helfen, oh, sie haben sicher Verständnis, das wird ihnen nicht gefallen, das wird ihnen nicht gefallen, das kann ich jetzt schon sagen, das gefällt mir nicht, ich glaube nicht, dass sie sich freuen, überrascht zu werden, wir haben keine Wahl, wenn wir die Schnatzer schützen wollen, sicher können sie erkennen, dass wir es ernst meinen, sie haben etwas so allwissendes an sich, fast schon beängstigend, Centauren sind für ihre Weisheit bekannt, ja, Centauren wissen auch nicht alles, ja, also, ich glaube nicht, dass die uns was machen, weil ich meine, Centauren greifen ja auch keine Kinder an, aber, also, freuen werden die sich ganz sicher nicht, aber vielleicht, vielleicht sehen sie ja tatsächlich ein, das was gut meinen, ich hoffe es zumindest, dass die uns nachher hier, äh, was weiß ich, nach oben bringen werden sie uns nicht, glaube ich, aber trotzdem. Ich schätze, sie sind dafür bekannt, quasi allwissend zu sein. Das trifft es auf den Punkt, ich habe nur, ach egal. Was ist denn? Es ist nichts. Ich, wir haben nichts zu verheimlichen. Stimmt, wir sind einfach ehrlich und sagen ihnen, was wir vorhaben. Dann müssen sie uns doch helfen, oder? Ja, natürlich, du hast vollkommen recht. Wir treffen uns mit ihnen, erzählen ihnen von den Schnatzern und es geht sicher alles gut. Mhm. Warum war das jetzt so? Das war mit Absicht, ja, okay. Ja, ja, guck mal, wie jetzt alles gut geht. Das war die falsche Antwort. Das war ein großer Fehler von dir, kleine Hexe. Lass sie in Ruhe, Alec. Wir tun Kindern nichts. Das ist nicht unsere Art. Dacht schon. Nicht so anmaßend, alter Narr. Ich führe diese Herde an, während du an unserer Art festhältst, schlachten ihresgleichen weiter unbekümmert Wesen wie uns ab. Soweit ich weiß, taten sie nichts dergleichen. Wir werden sie daher gehen lassen. Hör gut zu, Doran. Wenn ich sie je wieder sehe, schlage ich euch allen dreien den Kopf ab. Törichte Kinder, wisst ihr, was hier mit Zauberern passiert? Nun, folgt mir, bevor ich... Eine Schnatzer existieren noch und die Wilderer suchen sie. Sie wissen, dass das Mondlicht der Schlüssel zu ihnen ist, aber sie verstehen es nicht ganz. Noch nicht. Bitte helft uns, die Schnatzer vor den Wildern zu finden. Kann es sein? Im Süden ist eine Höhle, in der sich das befindet, was die Wilderer suchen. Ein Mondstein. Holt ihn und legt ihn in den Steinkreis im Wald. Ich hingegen muss zu meiner Herde. Kommt zu mir, wenn ihr fertig seid. Ich verstehe das nicht. Also geht es bei dem Mondlicht im Notizbuch gar nicht um echtes Mondlicht, sondern um einen Mondstein? Was haben Mondsteine mit Schnatzern zu tun? Und warum war er sich so sicher, wo wir einen finden könnten? Sind Mondsteine nicht überall? Warum einen aus einer Höhle holen? So wie ich Zentauren kenne, meint er wohl einen bestimmten Mondstein. Wir verstehen es sicher, wenn wir ihn sehen. Glaube ich ihm oder glaube ich ihm nicht? Also dem glaube ich. Ich weiß es auch nicht, aber ich glaube ihm. Immerhin ist er ja ein Zentauer. Du hast recht. Es ist schade, dass er so schnell verschwunden ist. Wie hieß er? Doran? So nannte ihn der Anführer der Herde. Wenn Doran mehr weiß als wir, sollten wir gleich etwas unternehmen und später nachfragen. Ich gehe in die Bibliothek und suche Hinweise zu dieser Höhle. Ich melde mich, wenn ich was finde. Weißt du, findest du in der Bibliothek Hinweise? Und war das nur ich oder war dieser Anführer der Zentauren voll leise? Mir fällt übrigens gerade noch was ein. Das habe ich vergessen umzustellen. Lautstärke Musik mache ich mal runter. So. Weil ich finde, die ist immer zu laut. Warte, ich mache es ja noch weiter. Okay, ich weiß jetzt nicht, welche Lautstärke von welcher Musik das ist. Ich mache es mal auf 40. Komm, 50. Lassen wir es ja mal auf die Hälfte. Weil manchmal ist die einfach zu laut und man versteht die Dialoge nicht mal richtig. Ähm. So, das heißt aber, das war es jetzt. Weil, jetzt müssen wir wieder warten. Dann machen wir jetzt das hier. Laut Gok's Loyalität. Warte mal, wo muss ich da hin? Hier. Oh, beim Wasserfall. Das ist cool. So ist es auch, sieht es zumindest. Ach, ich muss wieder ganz da runter. Ah, okay. Ähm. Mhm. Hier unten habe ich nur hier Flammen und ganz oben. Ja, dann, äh, jetzt machen wir es so. Wie weit bin ich von Hogwarts weg? Ah, auch ein Stück. Komm, ich mache eine Schnellreise und wenn ich eine Schnellreise mache, dann hier runter. So. Ähm. Genau. Boah. Muss mal was trinken hier. Mysteriös und beunruhigend. Was soll ich tun? So. Ähm. Also. Wir gehen jetzt zu Laut Gok. Und zwar. Ich glaube, wir müssen immer noch ein Stück fliegen. Ist eigentlich Nacht. Ich kann mal kurz warten, bis Tag ist. Ich weiß nicht, ob die Mission bei Nacht stattfindet oder bei Tag. Aber ich finde es viel angenehmer, bei Tag unterwegs zu sein. Deswegen machen wir mal so. Wie? Ja, dann will ich das aber jetzt doch machen. Trifft Poppy bei der Höhle in der Nähe von Irondale. Wo ist denn bitte Irondale? Das ist ja gar nicht weit. Das ist ja gar nicht weit. Allerdings müsste ich jetzt wieder zurück durch dieses Ding. Sollen wir das machen? Boah, hier sieht es richtig cool aus. Oh, stimmt. Weil hier kein Schnee liegt. Das habe ich vergessen. Drüben liegt ja überall Schnee und hier nicht. Es soll mal aufhören, Winter zu sein da drüben. Irgendwie. Ich weiß nicht. Das bilde ich mir ja nicht nur ein, oder? Das halbe Spiel ist irgendwie schon Winter. Und. Ich mag das nicht. Es soll mal wieder Frühling werden. Ich weiß nicht, ob das. Das schalte ich Frage. Ich weiß nicht, ob das mit den. Ähm. Mit den Missionen zusammenhängt. Mit unserem Fortschritt. Wie weit wir da sind. Oder ob der. Ah, da sind ja Kobold. Ne, da mache ich eine schnelle Reise. Ich will jetzt eigentlich nicht. Ich will jetzt eigentlich nicht gegen die Kobolde kämpfen. Das muss ja nicht sein. Dann nehme ich die Flohrflamme hier. Ich dachte nämlich, weil ich habe mich da ja letztes Mal durchgekämpft. Und ich habe jetzt gedacht, dass die alle weg sind. Aber wenn die jetzt wieder da sind, dann machen wir das nicht so. Das ist echt unnötig. So. Ähm. Ja gut, das war jetzt natürlich blöd. Ich dachte, die Flohrflamme ist auf der anderen Seite. Habe ich mich wohl geirrt. Jetzt bin ich in eine, jetzt bin ich mittendrin. Ähm. Ich könnte natürlich hier eine... Aber guck mal, ich bin doch jetzt bald draußen, oder? Vielleicht kann ich mich rausschleichen. Ich muss ja... Ich muss ja nicht gegen die kämpfen, eigentlich. Und die sollten mich im besten Fall überhaupt nicht sehen. So. Der hat ein Fragezeichen gekriegt, aber gesehen hat er mich nicht. Ein schmackhafter Pilztopf hätte jetzt was. Ein Pilztopf, ja. Das wäre tatsächlich was, ne? So, ich laufe da einfach durch. So geht's auch. Sobald ich draußen bin, fliege ich weg und dann... Dann hat sich das Problem gelöst. Weil hier sind natürlich auch noch welche. Aber hier sollte ich jetzt dann auch wieder rumfliegen können. Ja, jetzt. So. Guck mal, mich hat nicht mal jemand gesehen. Ähm. Jetzt muss ich aber mal gucken, ob es hier in der Nähe vielleicht ne Flowflamme gibt. Weil... Wenn ich mal wieder hier in die Nähe irgendwo hinreisen will, dann will ich das eigentlich nicht nochmal machen. Okay, da oben gibt's eine. Aber hier im Dorf gibt's auch eine. Ähm... Nee, komm, ich geh kurz zu der da oben. Die ist doch hier. Ähm. Die ist gar nicht so weit weg. Da ist die Brücke, genau. Bei der Brücke müsste es sein. Hier ist ein Laden. Ist das dieser komische Laden da? Also der, wo man diesen Besen kaufen kann. Das ist nett, die Frau von dieser Dings da. Ah, ja, genau. Dieser Besen wird schon seit Generationen weiter vererbt. Den hätte ich eigentlich gern. Der kostet... Ich hab sogar relativ viel Geld. Kann ich hier... Oh, stimmt, ich kann doch gleich was verkaufen, wenn ich grad schon mal hier bin. Die ganzen grünen Sachen kann ich sowieso verkaufen. Ja. Und du wirst ganz schön viel kaufen. Oh, dann reicht's wahrscheinlich sogar für den Besen. Gestreifte Schalenhausfarben. Blau-grüner Palmetten-Schal. Weg damit. Den da behalte ich. Das ist mein... Mein... Lieblingsschal. Der wird nicht verkauft. So. Ähm... Hier solche Sachen. Guck mal. 150 Münzen. Voll gut. So. Ich hab schon genug. Okay. Ähm... Sogar 200 Münzen, ey. Die Sachen verkaufe ich nicht. Die sind zwar alle legendär. Ich glaube, wenn ich die erforsche, sind sie vielleicht nimmer legendär. Und dann krieg ich weniger Geld dafür. Aber vielleicht sind da coole Sachen dabei. Deswegen. Und jetzt. Sie werden nicht enttäuscht sein. Das verspreche ich. So. Jetzt hab ich zwar kein Geld mehr. Schön, dass Sie mal vorbeikommen. Aber... Was kann ich jetzt mit dem Besen machen? Wenn ich jetzt... So. Nö. Äh... Vielleicht muss ich den erst auswählen oder so. Ich stelle jetzt in meinem Inventar. Oder kann ich den überhaupt benutzen? Ich halte die Frage... Warte mal. Ich halte die Frage, ob der überhaupt... Ähm... Doch. Ach, warte mal. Ach, ich hab tatsächlich auch Besen gekriegt. Blitzschnellbesen. Familienerbstückbesen. Den hier. Achso. Komm, wir nehmen mal den. Gucken wir uns mal an. Ich mag den anderen Besen zwar auch, aber... Ha ja. Ich glaube allerdings, dass das jetzt einfach nur... Ähm... Warte mal. Ich wollte doch die Flohflamme mitnehmen. Wurschen die jetzt. Ähm... Hm-hm. Ah, noch ein Stück weiter. Okay. Ähm... Ich glaube nur, dass das optisch ist. Also ich glaube nicht, dass der jetzt andere Eigenschaften hat, der Besen. Der wird jetzt genauso sein wie der andere. Nur, dass er anders aussieht. Aber... Egal. Ich behalte mal. So. Gehen wir mal da rein. Her damit. Oh. Was mit dem? Können Sie mir helfen? Das klingt mir nach einer Nebenmission, oder? Was ist? Was haben Sie? Kobolde. Das ist los. Renrocks Bande. Gemeine Kreaturen. Sie haben mich überfallen. Nichts ist mir sicher. Ich brauche etwas, das mich beschützt, wenn ich Ihnen wieder begegne. Ein Maxima-Trank. Der würde helfen. Habe ich so einen nicht? Hier, bitte. Stimmt. Wir leben in gefährlichen Zeiten. Es ist besser, vorbereitet zu sein. Hier. Nutzen Sie ihn weise. Oh, das werde ich. Mit Sicherheit. Renrocks Leute besiegen mich nicht. Haben Sie doch schon, oder? Und ich muss Ihnen danken. Bitte. Nehmen Sie dieses Geschenk. Unsichtbarkeitstrank. Donnergebräu. Ähm. Ja. Ich finde es irgendwie witzig, wenn wir solchen Leuten einen Trank geben. Dann geben die uns immer im Gegenzug irgendwie mehrere Tränke, die viel besser sind, als die, die ich denen gegeben habe. Naja, egal. Ich brauche die Tränke eh nicht. Von daher, äh. Kein Problem. Gebe ich denen dem. Ähm. Gut. Die Flohrflamme haben wir. Dann können wir jetzt. So. Der Besen ist cool. Der ist so. Der sieht so richtig. Der sieht richtig aus, als wäre er voll alt. Das sollte ich untersuchen. Old but gold. So. Hopp. Irrendale. Oh Gott, hier gibt es ganz viele Nebenaufträge. Sehe ich ja jetzt erst. Die muss ich mitnehmen. So. Hallöchen. Verzeihung, Sir. Sie war es eindeutig. Für den Diebstahl eines Familienerbstücks soll sie nach Azkaban kommen. Schwester oder nicht. Ähm. Okay. Sind Sie sicher, dass es Katrin war? Es hätte jeder sein können. Dank dieses Rookwood-Lumpen überrennen uns die Kriminellen. Ich wollte glauben, dass es irgendeiner von ihnen war. Nur nicht Katrin. Aber nur sie konnte wissen, wo das Erbstück versteckt war. Und sie wusste genau, welche Häuser sie ausrauben musste. Warum sollte Katrin das Dorf ausrauben? Sie hatte es doch schon verlassen. Sehe ich wie ein Verbrecher aus? Woher soll ich das wissen? Sie hat diesen Ort immer verabscheut. Hat es gehasst, hier aufzuwachsen. Vielleicht wollte sie uns demütigen. Was für ein Familienerbstück wurde Ihnen denn gestohlen? Eine Halskette. Sie gehörte der ersten der Haggertie-Frauen. Sie ist hunderte von Jahren alt. So viel Geschichte. Sie wird sie verpfänden. Ich kann mich nach dem Dieb umschauen. Sie? Unser Eins kann da nichts ausrichten. Das ist eine Aufgabe für Officer Singer. Oder eine ähnliche Instanz. Außerdem schlägt meine Schwester diese feige Diebin nur nachts zu. Da müssen sie längst im Bett sein. Uh, der verkauft was. Was verkaufen Sie hier? Wie kann ich Ihnen heute behilflich sein? Okay, der verkauft Zutaten. Okay, okay. Ja, gut, nö, aber äh... Lassen wir das. Ein Dieb in der Nacht. Ich würde einem noch die Augenbrauen aus dem Gesicht klauen. Vielleicht hat sie auch Voldemort's Nase geklaut. Ich sollte diesen Diebstahl für Mr. Haggerty untersuchen, wenn es dunkel ist. Ja. Jetzt hole ich mir erstmal hier noch den Auftrag. Hallo. Das muss zu etwas Großem führen. Verzeihung, Madam. Haben Sie gerade etwas gesagt? Ja, in der Tat. Ich spreche wieder mit mir selbst. Seit mein Mann verstorben ist, bin ich eine sehr interessante Gesprächspartnerin. Madame Mafia Twiddle freut mich sehr. Schön, Sie kennenzulernen, Madame Twiddle. Wissen Sie, das könnte Sie interessieren. Die Jugend liebt doch diese Art von Dingen. Mein Mann hat häufig über die mysteriöse Statue vor unserem Dorf nachgegrübelt. Er behauptete, es handele sich um eine Art altes Rätsel mit Vasen. Ich bin heute darüber gestolpert, als ich meinen Morgenspaziergang etwas länger als sonst ausgedehnt habe. Ähm, klaro. Ein uraltes Rätsel? Klingt faszinierend. Sehen Sie, ich ahnte, dass Sie das interessieren würde. Und warten Sie nur, bis ich Ihnen von den Gerüchten dazu erzähle? Mein Mann Gravel meinte, das Lösen des Rätsels würde eine Art magische Herausforderung enthüllen. Da ist ein Gebüsch im Bild. Der Mann war von allem fasziniert. Er wollte gerade versuchen, es selbst zu lösen, also... Vielleicht könnten Sie einen Blick darauf werfen. Mich würde interessieren, was Sie womöglich herausfinden. Äh, ja. Wo finde ich die Statue? Es ist nicht weit von Irrendale, unten am Ufer bei den alten Ruinen. Nicht zu verfehlen. Okay, dann irgendwann mal. Ich werde einen Blick drauf werfen. Ah, der Geist der Jugend. Ich hoffe, Sie können das Rätsel lösen. Wenn nicht für mich, dann in Gravels gedenken. Die sieht ein bisschen aus wie die Frau mit dem Einhorn, oder? Oder verwechsel ich die? Die sieht auf jeden Fall ähnlich aus wie irgendein anderer Charakter hier im Spiel. Ich sollte nach der Statue sehen, die Madame Twiddle erwähnt hat. Ähm, achso, warte mal. Jetzt ist die Mission natürlich aktiv, das will ich nicht. Ich möchte ja mit Poppy sprechen. Boah, Stufe 27 empfohlen. Ja gut, dann machen wir das halt. Warte mal. Mal sehen, was du diesmal zu bieten hast, Merlin. Boah, auf dem Zaun gelandet. Ähm, stimmt Merlins Prüfungen. Ich glaube, ich muss noch irgendwie zwei machen, oder wie war das? Und dann kriege ich, ähm, mehr Inventarplatz. Deswegen eigentlich, äh, eigentlich würde sich das sogar lohnen. Wo muss ich hin? Da hinten fliegen Blätter rum, sind die, äh, gehören die hier dazu? Jetzt ist auch schon wieder eine Weile her, dass ich eine Prüfung gemacht habe. Wo drin umzusehen? Hier ist auf jeden Fall ein Feuerdings da. Kann ich das anzünden? Sieht gut aus. Okay, die finde ich auch mit Reveglio. Das ist gut. Da unten ist noch eins. Ne, das ist ein Ballon. Okay. Okay. Ähm, ach, das ist wieder rausgefahren jetzt. Oder? Den habe ich doch gerade angezündet. Wahrscheinlich gibt es drei Stück und ich muss die alle anzünden, bevor es wieder ausgehen. Also da ist noch eins. Okay. Da, wo die Blätter rumfliegen. Fliegen noch irgendwo Blätter rum? Muss ich... Was malt die? Boah, das Haus sieht ja mal richtig cool aus. Ist schon mir gerade noch aufgefallen. Das hat ja ganze Pflanzen auf dem Dach. Kann ich da drauf? Okay. Ich glaube nicht. Ähm... Okay, also wir haben eins hier. Eins hier. Eins muss es noch geben. Ich fliege mal ein bisschen. Da müssen ja so Blätter rumfliegen. Eigentlich. Aber allzu weit weg kann es ja auch nicht sein, oder? Oder gibt es nur zwei? Normalerweise sind es immer drei Sachen bei den Prüfungen. Aber gut, ich meine, ich kann es natürlich auch mal probieren, ob es vielleicht nur die zwei sind. So, dann beeilen wir uns mal ein bisschen. Ja gut, aber drei wird man auch gar nicht schaffen, oder? Da kam irgendein Ton schon mal. Nö, das ist wieder da. War ich zu langsam? Probieren wir es nochmal. Ich kann ja von hier schon. So. Und jetzt? Es muss doch noch ein drittes geben, oder nicht? Ja, die fahren jetzt wieder hoch. So. Bestimmt gibt es noch ein drittes. Da unten ist eins. Da oben ist eins. Vielleicht ist es auch noch weiter in die Richtung. Wo drin überhaupt? Ich weiß nicht mal, wovon er redet. Ist mir jetzt aber auch egal. Boah, das sieht man auch so schlecht. Und wie weit geht es überhaupt? Okay, ich sehe hier sogar die Schüssel von da drüben. Ach, da unten. Ah, okay, okay. Da steht noch eine. Ähm, ja okay, das müssen wir hinkriegen, oder? Das machen wir so. Nummer eins. Nummer zwei. Und Nummer drei. Das war gar nicht so knifflig, Merlin. Jawohl. So. Dann haben wir das auch. Jetzt treffen wir uns aber mit Poppy. Und. Ah ja, hier. Natürlich. Boah, was ist denn das? Für ein Matsch. Erstmal durchlaufen. So. Oh, da waren Biene. Das bedeutet wohl, du hattest Glück in der Bibliothek? Es hat einige Stunden und viele unleserliche Karten gebraucht, aber ich glaube, das ist die Höhle von der Doris brach. Beeindruckend. Vor allem, wenn man bedenkt, wie wenig er uns gesagt hat. Ganz sicher bin ich immer noch nicht, aber diese passte am besten. Ich habe Geschichten über eine Höhle in der Gegend gefunden, die Leute meiden. Das schien mir ein ideales Versteck für etwas Wertvolles zu sein. Es ist vielleicht weit hergeholt, aber könnte ein geheimnisvoller Gegenstand wie der Mondstein nicht in einer ebenso geheimnisvollen Höhle versteckt sein? Ich klammere mich an jeden Anhaltspunkt. Weißt du, wieso diese Höhle gemieden wird? Es ist lächerlich. Den Gerüchten nachtreibt die Höhle Menschen in den Wahnsinn. Aber ich konnte keine Berichte von Leuten finden, die dort drin gewesen waren. Also ist es entweder ein Gerücht, oder alle, die die Höhle betreten hatten, konnten danach nicht davon berichten. Ja. Ach, dann gehen wir doch da rein, oder? Wenn wir schon mal hier sind, können wir uns auch umsehen. Das stimmt. Ob man wohl erblindet, wenn man direkt auf einen Mondstein blickt? Es sind überall Bienen. Guck dir das mal an. Voll cool. Die sind zwar nur als Partikel da, aber ist doch egal. So, gut. Dann, äh, Mondsteingarten. Ja, der heißt ja schon so. Naja. Dann, äh, gucken wir halt mal. Errungenschaft freigeschaltet, unerschrocken auf Entdeckungstour. Okay, sieht man im Video nicht. Das war nur das Steam-Overlay. Ähm. Na ja, dann, äh. Klar gehen wir doch rein. Ach, natürlich sind wir da. Spinne da. Charmanter Hausmantel. So charmant sieht er nicht aus. Der ist nämlich ziemlich schlecht, so wie der aussieht. Wo kommt denn das Licht eigentlich her? Ach, hier ist offen. Na cool. Warum ist hier kein Schnee? Also, nee, ich beschwere mich nicht. Ich beschwere mich nicht. Gott sei Dank ist hier kein Schnee. Äh, okay, okay, okay. Hier hört es einfach auf. Okay, na ja, gut. Gehen wir halt mal den anderen Gang lang. Wenn wir die Tür aufkriegen, kriegen wir bestimmt auch... Jawohl. So, gibt's hier irgendwas? Nicht, dass ich was übersehe. Ich übersehe bestimmt was. Ähm. Aua. Boah, was war das? Ich hab gar nichts... Ich... Was? Wollgraszumpfkradtel. Alter, wie krass ist denn der? Warte, ich muss den doch, ähm, an der Zunge hoch. Boah. Warum geht der nur auf mich los? Geht doch auf Poppy los. Geht nur auf mich los. Kommt links. Gehen los. Puh. Hat die den... 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 Den Kohl hier hingeschmissen? Ähm. Ist Poppy nicht so tierlieb? Jetzt haben wir das Ding rumgebracht. Naja, ist ja auch egal. Der wollte uns rumbringen. Aber der kam aus dem Nichts einfach, ne? So, hier kann ich erst wegsprengen. Hier gibt's noch was zum Wegsprengen wahrscheinlich. Ähm. Ja, ich... Ja. Okay. Ich will erst mal noch da reingucken. Ach nee, ach nee. Was ist das? Knöderig. Jawoll. So, was haben wir hier? Was ist denn das? Ach so. Das ist doch so ein, äh... Was brauche ich dafür? Die Pulsung? Nö. Was war's dann? Ne, das war aus Versehen. Nicht so leise wie möglich. War das nicht mit, ähm... Oder war das... Ach, keine Ahnung. Mit was war'n das? Das kommt noch irgendwie so weg. Ich dachte, das war der Pulsung. Aber vielleicht muss ich auch erst was anderes machen. Ähm. Das kann natürlich sein. Jetzt gehen wir mal... Da ist eine Kiste. Okay, aber die stehen halt hier drin. Äh, dann gehen wir halt mal weiter. Die Folge ist eigentlich auch schon wieder rum. Hab ich wieder übersehen. Egal. So. Oha. Was war'n das? Boah. Fuper. Alter. Boah, wie viele? Ach so. Das heisst, es stimmt wirklich, dass man hier wahnsinnig wird. Ja, dann gehen wir doch mal weiter, oder? Hopp. Finde den Mondstein. Ähm. Klar. Ist er das? Wenn der Mondstein hier ist und die Fuper auch, frage ich mich, ob er beschützt wird. Aus dem hier ist doch grad was rausgeflogen. Wo ist denn das hin? Das war doch was, was man aufsammeln konnte, oder nicht? Ja. Hier sind überall Schmetterlinge. Das ist auch cool. Und Spinne. Ja. Und Geld. Geld ist doch immer gut. So. Okay. Ah, das sieht doch schon nach, nach Arena aus, oder? Vielleicht aber auch nicht. Also ich hoffe nicht. Was ist zugegangen? Ne, ist doch noch offen. Okay, hier ist nochmal so ein Ding. Aber ich weiß halt echt nicht mehr. Ich dachte, das war doch cool. Wenn das halt überhaupt so ein Ding... Ach nee, hier muss eine Motte rein. Ach so. Ach ja, natürlich. Ja, gut, okay. Dann, äh, hab ich's verwechselt. Was? Ach so, äh, hier müssen wir... Ach so, okay, okay, okay. Ich hab gar nicht auf die Symbole geguckt. Wir brauchen... Was ist denn hier? Geld. Äh, wir brauchen dieses, dieses Dreiecks-Dings und dieses Kringel-Dings. Warte, wo haben wir... Hier ist das Kringel-Dings. Wo ist das Dreiecks-Dings? Hier. So. Ja, also... Aber, ähm... Ich probier mal was aus, okay? Wenn ich jetzt diese Motte hier hin tue... Dann dreht sich das. Wenn ich die jetzt aber... Kann ich die wieder mitnehmen? Ja. Weil dann geh ich zuerst nach da hinten. Dann, weil dann kann ich da ja auch das mit der Motte machen. Bevor ich das... Ach, da oben ist auch noch eine Schublade. Die kann ich auch noch aufmachen. Nein. Oh, mischt. Ist das deswegen da? Oh, vielleicht gibt's aber hier noch eine Motte. Wenn ich die nicht mitnehmen kann. Wie viel habe ich denn hier übersehen eigentlich? Ich würde das eigentlich schon gern machen. Und... Was war das? Ach, Diphtar. Äh, kann ich hier was sprengen? Oh, tatsächlich. Ähm... War schon das? Keine Ahnung. Jetzt, warte mal. Hier brauchen wir nämlich auch eine Motte. Ja, genau. Da muss eine Motte rein. Jetzt ist die Frage, wo kriegt man die her? Hier geht's nicht weiter. Ich hätte jetzt gern eine mitgenommen, aber... Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Weil sobald ich versuche, über diese Abgrenzung drüber zu springen, fliegt die ja wieder weg. Aber vielleicht... Vielleicht hab ich's auch nur falsch gemacht, oder? Keine Ahnung. Aber ich denke, das ist wahrscheinlich, warum das da ist, oder? Ansonsten wär das ja voll sinnlos. Aber warte, hier drüben war doch auch noch ne Schublade, ne? Okay, nix drin. Naja, okay. Dann... Ist das das, was wir aufgemacht haben? Ne, die ist doch jetzt woanders hingeflogen. Ach doch, die ist schon hingeflogen. Okay. Ja, gut. Das war wohl noch nicht alles. Auch wenn jetzt zwei Motten drauf sitzen. Gut, wir haben ja noch Sachen zum Aufmachen. Das Dreieck-Ding und das Kreis-Dings. Das hier. Und das hier. Aha. Super-Statue. Ja, gut, okay. Dann haben wir noch... Eins haben wir noch, oder? Nö. Ey. Habe ich's jetzt kaputt gemacht, weil ich die Motte mitgenommen hab? Lumos. Lumos. Weil... Ähm. Lumos. Es gibt doch nur die zwei, oder? Habe ich hier... Was verwechselt? Kann ich die wieder da hinhängen? Ne. Ähm. Okay, die sitzt jetzt da. Okay. Kann ich die jetzt... Wenn ich die jetzt auch wieder wegnehme... Kommt die mit? Ah, ja. Dann geht die auch wieder da hin. So, jetzt sind beide wieder weg. Dann mach ich mal beide wieder hin. Oder muss die zur anderen? Gibt's... Gibt's... Sind das zwei unterschiedliche Motten? Nö. Weil die drehen sich ja auch nicht mehr, die Dinger. Vorhin haben die sich doch einmal gedreht, oder? Ach so. Ne, warte. Ähm. Das mit dem drehen stimmt wahrscheinlich schon. Ja. Das mit dem drehen... Ne, gut. Dann hab ich's doch nicht verwechselt. Das muss nur vor einer Motte dahin. Was ist denn mit der jetzt los? Okay. Naja, gut. Dann, äh, gehen wir halt mal rein. Tja. Gut, da hinten muss man eine hin tun. Und... Moment. Da war nichts draus, so wie das... Äh, nichts drin, so wie es aussieht. So. Dann... Kommt hier mal eine hinten. Und... Ah, ne. Warte, 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 warte. Hier. Okay. Aber... Ah, das ist ja super. Jetzt warte mal... Darüber müsste ich auch schon kommen. Warum geht denn die Motte nicht so poppy? So. Mal gucken, was da passiert. Ähm... Geht auch der da? Ne. Es muss der hier sein. Ach, noch eine Motte. Oh. Aber das bleibt nicht oben, so wie es aussieht. Das ist natürlich schlecht. Aber ich beeile mich. Lumos. Hi, Merlin. Es ist wunderschön. So. Dann... Ist hier noch die andere? Nö. Wo ist denn die? Ich stehe wieder zurück. Also eine ist hier noch. Ach so, ne. Die sitzt doch da hin. Klar, da habe ich sie doch hingebracht. Äh, kann ich hier... Ich lasse es mal lieber. Und hier kann ich noch aufmachen. Was ist das? Geld. Ah, okay. Das dann noch. Und hier sitzt die letzte Motte. Die nehme ich mit. Kommt die Eier. Und... So. Aber hier sieht es echt schön aus. Mit den ganzen überwucherten... Ach, da oben sind die Dinger wieder. Ich habe das gar nicht gesehen. Klar. Das sieht richtig cool aus da oben. Mit den ganzen bunten Vögeln. Oder mit den Fupern. Wie sie ja heißen. Jetzt wird die Folge aber doch ein bisschen lang, ne? Soll ich das in der nächsten Folge weitermachen? Komm, ich mache es in der nächsten Folge weiter. Wir sind bei 42 Minuten, 43 gleich. 43 Minuten. Ähm. Dann machen wir in der nächsten Folge weiter. Ähm. Genau. Dann, äh, vielen Dank fürs Zuschauen. Und dann, äh, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, wenn wir hier weitermachen. Bis dann.